Musik Nun denn, was soll ich anderes sagen? Wir spielen Far Cry 3, QLP 100. Ich spiele mit euch Far Cry 3. Und bevor wir weitergehen, will ich mal gucken, was hier so drin los ist. Erinnert ihr euch an diese epische Eroberung des letzten Parts? Ich mich schon. Oh mein Gott, was ist hier? Oh Gott. Wir begeben uns offiziell zum Mittelpunkt der Erde. Oh Gott, was ist hier los? Ach du Scheiße. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, Cress. Mann, ich habe gedacht, wir sind jetzt in einer riesigen Höhe. Oh, das wäre natürlich geil gewesen. Oh, es wird schon wieder hell anscheinend. Oh. Oh. Das sieht alles noch sehr nach Story aus. Ich glaube, wir kommen überall noch hin. Wir sind ein bisschen zu schnell und im Erforschen. Haha. Wortspiel. Oh. Na, das ist ja, wenn das nicht, schön ist. Mir gefällt das. Können natürlich auch hier gleich. Okay, das sind Tote. Ich glaube, wir sind ja trotzdem nicht erwünscht. Ich glaube, wir sollten hier noch nicht reingehen. Oh doch. Oh. Das ist... Wir haben einen großen Vater gefunden. Big Faser. Big Faser. Ich habe jetzt eigentlich langsam schon mal wieder nach 7000 EP, die wir gesammelt haben. Nur ein Skillpunkt. Nicht ihr. Ein Skill? Skillpunkt. Yay. So, länger tauchen. Das wollen wir auf keinen Fall. Syringe potency. Aiming. Oh, reload beim Aiming ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Advanced without medicine. We're seeing how cute before we're seeing here three slow. Mordat. Medical Syringes will restore... Oh, Kinder, da die ist alles ganz schön schwierig. Obwohl mir der hier immer noch echt juckt im Magen. Reload Pistols, Shotguns, Faster. Faster Reload ist natürlich auch gut. Faster Reload. Da machen wir. So. Unsere Tattoos werden wieder schöner. Jetzt gucken wir hier noch schnell in die Bude rein. Was habt ihr verbrochen, dass ihr hier sterben musstet? Erzählt mir eure Geschichte, ihr toten Menschen. Hier unten geht's auch ab. Was erwartet mich da unten im Wasser? Wofür dieser Schwimmtunnel hin? Das ist mir alles ein bisschen zu deep. Genau, wir müssen zu unserem Radio Tower. Ohne Radio Tower geht nix. Und ich hab eh das Gefühl, dass wir hier nochmal reinkommen. Wenn nicht, dürft ihr mich offiziell haten. Mäh. Lauf geradeaus. Tod kann jetzt nicht gebrauchen. War der Weg gerade auch so lang? Oh mein Gott, da ist schon wieder ein Tiger oder was? Das ist unser Lager angreift. Hoch da jetzt. Schneller. Oh Gott. Was ist hier los? Leute. Saft, was los ist. Fuck me. Fuck me. Nee. Leute, was ist los? What? Was ist euer Problem? Oh mein Gott. Wir gehen jetzt mal weiter zu unserem Radio Tower. Wir müssen das einfach regeln jetzt. Na jetzt. Huhn. So, wo geht's eigentlich jetzt hin? Hallo? Radioturm. Wir müssen ihn mal markieren. Sonst bin ich blind wie ein Fisch. Ah. Aha. So. Folgen Sie der Straße. Ah, da ist er doch. Es müsste ein Tiger oder sowas kommen. Fällt gar nicht schlecht. Es sieht alles ein bisschen gleich aus. Aber wir sagen dazu jetzt einfach mal nix. Ich bin gar nicht da. Hallo? Wir sind's. Du bist tot. Ist dein Freund auch so ein Latschen, der nicht hinguckt? Zack, du bist dauernd. Ja, wir waren schneller als ihr. Ihr seid echt mies. Muss ich jetzt mal... Also, Kinder. Man muss alles selber machen im Spiel. Aber ausnahmslos. Ja. Ja, äh. Geh einfach sterben. Das wäre besser für dich. Radioturm, du bist unser. Sind das schon wieder Kiddos? Ne. Steht bloß ein Auto da. Okay. Radioturm. Oh, jetzt muss ich verspringen. Das war ja mal. Ich habe aber das Gefühl, wir müssen uns nach dieser Aktion hier dann doch mal irgendwie wieder in Richtung Dingsbums, weil jetzt dann doch viele Parts ins Land gegangen sind, in denen eigentlich nicht so viel passiert, außer Repetitiveness. Und die geht mir nach Repetitiveness. Die geht mir nach einer Zeit ein bisschen auf den Geist, muss ich jetzt mal echt gestehen. Und da kriege ich nur noch mehr Verlockung, Batman anzufangen. Und, äh, ich habe aber vor, meine Let's Plays durchzuziehen. Deswegen sollte ich mich selbst bei Laune halten. Auch wenn es Spaß macht, die Erfahrung mit euch zu teilen. Ich bin froh, dass ihr bei mir seid. Deswegen schenke ich euch hier nur wieder Sachen, wie zum Beispiel eine Kamerafahrt, wofür ich immer einen Radioturm kaputt machen muss. Das muss ein Heidengeld kosten. Höhle! Ob wir da rausgekommen wären, wenn wir da unten langgetaucht wären? Wir werden es nie wissen. Shit. So. Damit haben wir doch wieder schön aufgedeckt. Da werden wir jetzt Lager zum Einnehmen. Das würde ich mir jetzt schon gern greifen. Ja, doch. Das nehmen wir noch. Lager, Lager, Radioturm, Quest. Oder? Ist das eine Idee? Die würde ich mir jetzt schon zu sagen. Ja, ach komm. Das Lager nehmen wir noch. Das schaffen wir in dem Part. Das Lager heißt auch noch Aim. Oh mein Gott. Irgendwo mal eine direkte Route dahin. Ich glaube, ich mache jetzt hier gerade den größten Fehler gleich. Endest du im Wasser? Du endest im Wasser. Nein, du endest nicht im Wasser. Ja, das ist ja cool. Oh, Höhle. Pass mal rein. Zeig uns, was du hast, Höhle. Außer große Bestien und Epic Loot. Wehe, du hast kein Epic Loot. Oh, eine größere Höhle. Ich höre auf, mich über dich lustig zu machen. Oh mein Gott. Ist das ein Sprung, Dingsen? Was hast du hier zu bieten? Oh, wir verlaufen uns in der Höhle. Werden wir gleich von Schwärze gefressen und sterben? Hier ist irgendwas. Und natürlich sind hier schon wieder Leute dran und schießen und stören die Ruhe. Mann. Das ist hier was für eine Bedeutung. Hier spenden Leute Geld und Relikte. Unser Wallet ist voll, aber wir haben einen Skillpunkt. Das ist ganz in meinem Interesse. Quickswap. Bring up Iron Sight with him more quickly and switch weapons faster. Instant Kauf. Tut mir leid. Das war aus dem Puls jetzt so geil. Da kann ich nicht weggucken. So, jetzt gucken wir mal, was hier schon wieder so viel Krach gemacht hat gerade. Ob hier Haie und Höhlenkrokodile drin schwimmen. Geh mal stark davon aus. Hallo? Wann du hier? Satan! Okay, wo haben wir uns denn jetzt hierhin begeben eigentlich? Okay, wir sind nicht ganz vom Weg abgekommen. Da können wir noch hochlaufen. Da können wir noch hochlaufen. Wenn wir jetzt glaube ich das wieder nicht in den Park bringen, dieses Lager einzunehmen. Okay. Ob ich bin nicht da, Mensch. Oh. Ihr trefft mich nicht. Ich renne weg. Ja, ich lasse dich nur. Es ist alles euer Revier. Natürlich steht hier noch einer. Das ist dein Ernst, Mann? Really? Du wirfst hier Molotow-Cocktails oder was? Du hast dich selber angezogen, du Trottel. Haha. Reicht's jetzt wieder? Ist jetzt alles okay wieder? Ich fasse es nicht. Wir haben es echt schon wieder geschafft, dass unser Wallet voll ist. Aber wir brauchen Haie. Ja gut, dann können wir irgendwann trotzdem jetzt mal auf Konfrontationskurs mit Haien gehen. Niemals. Bleib bloß, wo du bist. Du bleibst natürlich nicht, wie du bist, weil du denkst, du bist stärker, weil du eine komische Haut hast. Okay, Leute, ich quetsch das jetzt einfach wieder rein mit dem Lager. Dafür, dass ihr so viel sich wiederholenden Crap kriegt, kriegt ihr halt längere Parts. Was soll ich machen? Aber es geht dann bald weiter mit Story. Story. Ich hab Lust auf Story. Ich will ein bisschen Story haben. Wir müssen das jetzt mit Kampfmöpsen versuchen. Kampfmöpsen, ein riesiges Rudel. Kampfmöpsen. Das hält dir mich auf. Ich weiß es genau. Okay, wo ist das Alarmding? Das müssen wir zuerst switchen. Wie immer habt ihr ein Loch im Zaun, ihr Unfähigen. Ich bin nicht da. Das war eine dumme Idee. Wie viel fucking Hunden habt ihr? Reinforcements sind gleich da. Ihr beschissenen Scheißhunde. Komm jetzt, Reinforcements. Reinforcements. Ich hab gerade auch Reinforcements für mich. Das ist natürlich schade. Hey, habt ihr auch wieder Hunde dabei? Das kann ja kein Zuhören. Hey, hat euch Gaylord geschickt, oder was? Alter, Kinder. Ich will doch bloß den Paar... Oh, ich will doch bloß das Ding einnehmen hier. Wie viel zur Hölle seid ihr noch? Oh mein Gott. Und ihr habt natürlich alle Hunde dabei. Ey, was ist hier los? Okay. Wir sind ja Progamer. Wir denken uns dabei jetzt mal gar nichts. Wir klären die Situation einfach. Wie wir das immer gemacht haben. Ah, warum passiert das immer am Ende des Parts, wenn ich eigentlich dann mal gern zum Ende kommen will. So, wir kommen hier von unten. Straight in se, in se Lager rein. Na, kommst du hier raus? Kommst du hier raus? Weh, schick mir jetzt nochmal unten ins Gesicht. Ich mache euch echt alle fertig. Wenn ich noch einen und siehe, ey. Du renst falsch rum. Wir sind hinter dir, wir sind hinter dir, wir sind hinter dir, wir sind hinter dir. Epic Abschluss, yes! War das geil. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ja, das hat dem Ganzen doch jetzt die unterhaltende Krone aufgesetzt. Oh! Fand ich das schön. Das fand ich jetzt so schön. Und wir beenden den Part, wie wir ihn so oft beenden. Achtung. Weil wir geguckt haben, was hier los ist. Hier ist nichts los. Mhm. Oh ja, Mann. Ja, von Ass vor allen Dingen. Von Ass. Ich hab's wieder gemacht. Alleine. Boah, machen die Typen nicht. Oh. So. Mikrochip. Oh scheiße, wir können ja gar nicht. Oh scheiße. Obwohl doch, könnte wenigstens ein bisschen was. Zack. Junk verkauft. Part abgeschlossen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich glaube, es hat sich am Ende dann doch gelohnt. Nur zur kurzen Erklärung, was wir im nächsten Part noch machen werden. Wenn die Karte nicht kaputt ist. Wir nehmen dieses Lager ein. Gehen zu dem Radio Tower. Und dann sofort. Zu unserer Quest. Zu der wir hätten Fast Juggeln können. Damit muss ich jetzt kurz fertig werden. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Bei was auch immer ihr jetzt tun werdet. Call Pair in 100 Spiel Far Cry 3. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, der hat ein Defizit. Hinter seiner Stirn. Also, bis zum nächsten Mal. Musik